Ganz, ganz herzlich heute Abend begrüßen zu unserer Abendveranstaltung im Rahmen des KPMG-Tages. Wir machen ja wegen den Sicherheitsvorkehrungen in der letzten Zeit keine KPMG-Abende, sondern Tage, wo wir die Besucherzahlen über den Tag verteilen können. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sie heute Abend hier wieder live persönlich in Präsenz treffen können und dass wir diese Veranstaltung heute mit einem Vortrag über Isa Gensken eben wirklich als Präsenzveranstaltung machen können. Es ist mir eine ganz besonders große Freude und Ehre, dass wir heute Abend hier auch persönlich begrüßen dürfen Professor Benjamin Buchloh, der eben hierher gereist ist, aus New York angereist ist, um diesen Vortrag mit dem Titel Figur, Grund und Schund in der Skulptur von Isa Gensken heute Abend hier zu halten. Professor Benjamin Buchloh ist sicherlich einer der bedeutendsten zeitgenössischen Kunsthistoriker, Autoren, Kuratoren und er ist einer der allerbesten Kenner des Werkes von Isa Gensken. Er kennt Isa Gensken persönlich seit den allerfrühesten Anfängen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist er wirklich der gewesen, der sie in den ersten künstlerischen Schritten, also die, die wir in dieser Ausstellung zeigen, in der Zeit der 70er und frühen 80er Jahre engst begleitet hat. Einen besseren Kenner des Werkes können wir uns gar nicht wünschen und freuen uns deswegen wirklich wahnsinnig über diesen Vortrag. In diesem Vortrag kommentiert Professor Buchloh historisch die Widersprüche zwischen postminimaler Abstraktion und der Provokation der Figur in Isa Genskens späterem skulpturalen Werk und betrachtet sie, beziehungsweise betrachtet ihre sogenannten Schauspieler, die sie in der Ausstellung in der Belletage sehen konnten, als Gegenfiguren der Moderne. Professor Benjamin Buchloh hat seit vielen Jahren, er lehrt seit vielen Jahren an unterschiedlichsten Universitäten in den Vereinigten Staaten. Er war an der University of Chicago am Massachusetts Institute of Technology und ist heute Professor für moderne und zeitgenössische Kunst an der Harvard University. Er war in den frühen 90er Jahren der Direktor des Independent Study Program des Whitney Museum of American Art in New York und er war oder ist Autor zahlreicher Monografien und Essays über zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, darunter unter vielen anderen Michael Escher, sehr wichtiges Buch über Marcel Protas veröffentlicht, Karl André, Hans Hake, Louis Lawler, Sigmar Polke, Richard Serra, Nancy Spiro, Andy Warhol und viele andere. 2002 erschien seine bedeutende Essaysammlung Neo-Avantgarde and Culture Industry Essays on European and American Art from 1955 to 75, ein Standardwerk und neben vielen, vielen anderen Publikationen ebenfalls sehr sozusagen wichtig und einprägend der Band Art since 1900, Modernism, Postmodernism, Anti-Modernism, den er zusammen mit Rosalind Krauss, Hel Foster und Yves Alain Blois herausgegeben hat. 2010 ist er Mitherausgeber der Zeitschrift Oktober in New York ebenfalls mit Rosalind Krauss und Yves Alain Blois zusammen und er hat gerade jetzt in einer Sonderausgabe von Oktober Magazine eine Veröffentlichung gemacht unter dem Titel Women as Photographers in Weimar Germany and in Exile. 2007 wurde Professor Benjamin Buchloh mit dem Goldenen Löwen für Kritik und Kunstgeschichte der Gegenwart auf der Biennale in Venedig ausgezeichnet und die letzte große Ausstellung, die man von ihm sehen konnte, leider nur für kurze Zeit wegen der Schließung des Museums wegen Corona, Corona war eine große Ausstellung, eine aktuelle Ausstellung über Gerhard Richter mit dem Titel Painting After All am Metropolitan Museum beziehungsweise dem Matt Breuer, die er zusammen mit Gina Wexteff kuratiert hat. Ich hatte das Glück, diese Ausstellung zu sehen. Sie war fantastisch, eine ganz, ganz besondere Ausstellung über Gerhard Richter, die wir wahnsinnig gerne hierher übernommen hätten, aber all das klappte leider nicht und wir freuen uns einfach wahnsinnig, dass Sie hier sind, lieber Herr Buchloh, und wir freuen uns sehr über Ihren Vortrag. Applaus Danke sehr, Professor Gensheimer. Danke für die Einladung und für die großzügige Einführung, ich bin sehr dankbar. Ich freue mich sehr, hier einen kurzen Vortrag anlässlich der ganz wunderbaren Ausstellung von Isar Genshin halten zu können. Ich wollte auch wirklich Professor Gensheimer und Agnieszka Skolimowska gratulieren zu der ganz außergewöhnlichen Ausstellung. Ich bin sehr froh, dass ich Gelegenheit hatte, die zu sehen. Mein Vortrag ist relativ kurz, sodass Sie auch noch zum Fußballspiel rechtzeitig gehen können, anschließend nehme ich an. Ich bin besonders glücklich, hier zu sein, weil ich 1976 und 1977 etwas über ein Jahr an der Akademie unterrichtet habe hier. Das war also mein letzter Auftritt vor 40 Jahren ungefähr. Es ist also besonders bewegend für mich, hier nochmal erscheinen zu können. Gut, es ist relativ bekannt, in welchem Maße Isar Genshin ihre Entwicklung als Künstlerin in den 1970er Jahren durch intensive Begegnungen mit internationaler, primär amerikanischer Kunst der 60er und der 70er Jahre geformt wurde. Und von ganz besonderer Bedeutung in diesen Rezeptionsprozessen war ihre frühe Begegnung mit dem Werk von Bruce Naumann, der bereits 1968 seine erste Einzelausstellung bei Konrad Fischer in Düsseldorf hatte. Einige Jahre später führte Genshin sogar eine von Naumann konzipierte körperliche Übung aus, die typisch für Naumanns Denken zu dieser Zeit eine kollektiv zugängliche Verbindung von meditativen und phänomenologischen Formen körperlicher Erfahrung initiierte. Diese Übung, die ich damals in der Zeitschrift Interfunktionen dokumentiert habe, fungierte gleichzeitig wie auch die zahlreichen von Naumann selbst vollzogenen Aufführungen im Studio des Künstlers selbst, als eine der radikalsten Formen der Kritik der Skulptur der 60er Jahre. Denn gerade in diesen wurden die von Maurice Merleau-Ponty theoretisierten Prinzipien der phänomenologischen Wahrnehmung als Grundlage einer fundamental verschiedenen Auffassung von Skulptur deklariert. Hier ist Naumann dancing on the perimeters of a square in the studio. Aber einer der Aspekte, der für Naumanns Projekt besonders wichtig war und der dann in der Rezeptionsgeschichte völlig falsch als Performance-Art interpretiert wurde, bestand eben gerade in der Aufhebung der skulpturalen Produktion selbst. Der Akt der körperlichen Aufführungen und die Auslösung dieser fundamentalen sinnlichen und körperlichen Wahrnehmungen wurde nun eben als die essentielle Basis der potenziellen skulpturalen Erfahrung aller Betrachter definiert. Naumanns radikale Anti-Ästhetik, typisch für die 60er Jahre allgemein und auf eine vergleichbare Weise auch im Werk von Karl André prägnant formuliert, das Gensken ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Düsseldorf studieren konnte, definierte eine spezifisch amerikanische Dimension der Kritik traditioneller Auffassungen von Skulptur. Hier Karl André's erste Ausstellung in der Galerie von Konrad Fischer. Diese Negation traditioneller Auffassungen von Skulptur wollte zum einen das wahrnehmende Subjekt selbst als die Figur skulpturaler Erfahrung postulieren. Und zum anderen wollte diese Strategie aber auch den Raum, in dem sich das wahrnehmende Subjekt konstituiert, nicht mehr als einen transzendental oder neutralen, den Körper einfach umfangenen Verstehen, sondern eben als den eigentlichen sozialen und schließlich auch den institutionellen Grund der Erfahrung der skulpturalen Figur. André und Naumann hatten also Figur und Grund der Skulptur gleichzeitig radikal verwandelt, um in der Tat dem wahrnehmenden Körper der Betrachter als eigentliche skulpturale Figur zu konstituieren. Genskens Prinzip, ihre frühen Skulpturen ohne die Vermittlung eines Sockels auf den Boden zu legen, folgt ganz offensichtlich diesen Prinzipien, die Betrachter als Subjekte mit dem phänomenologisch vermittelten skulpturalen Körper der Skulptur zu verbinden. Allerdings unterscheidet sich das Frühwerk Genskens, wie hier von 1976, zugleich auch in wichtiger Weise von den Praktiken der von ihr verehrten Amerikaner durch Charakteristika, die sie deutlich in einen orts- und zeitspezifischen Kontext der Düsseldorfer Kunstproduktion der 60er und 70er Jahre stellen. Denn diese differenzierte sich eben auch auf eine sehr dramatische Weise von der amerikanischen Radikalität phänomenologischer Aufklärungsarbeit. Eine spezifisch deutsche Variante der Kritik traditioneller Auffassungen von Skulptur war vor allem von Josef Beuys formuliert worden. Denn wenn André und Naumann die Betrachter ganz im Sinne von Roland Barth gleichzeitig praktizierten radikalem Aufklärungsmodell das Subjekt vom passiven Leser zum Autor, also vom Betrachter zum aktiven Teilnehmer zu wandeln, versuchten, so richtete sich Beuys auf eine allerdings völlig andere, historisch extrem problematisierte Konzeption einer skulptural vermittelten Erfahrung von traumatisierter Subjektivität. Eine der ästhetischen Herausforderungen für Gensken bestand also zumindest partiell darin, diese spezifischen Bedingungen der amerikanischen Skulptur und deren utopische Dimensionen mit Beuyses neuem Skulpturbegriff zu vermitteln. Das hieß, eine radikal-phänomenologische Utopie der durch Skulptur initiierten Erfahrung der Subjektivierung mit einer posttraumatischen Konzeption zu verbinden, die von der historischen Annihlierung des Subjektes als einer geschichtlich unweigerlich gegebenen Realität auszugehen hatte. Diese Vermittlungsfigur hieß in Issa-Gensken-Fall Blinky Palermo, hier blaue Scheibe von 1971. Palermo, genau wie Gensken, obwohl etwas früher und etwas älter, hatte die Widersprüche einer amerikanischen Kunstrezeption, die in seinem Fall primär die tiefe Bewunderung für Barnett Newman ausmachte, unter einer deutschen Beuys-Rezeption zu bewältigen. Und Genskens früheste Arbeiten belegen Palermos besondere Bedeutung für ihre folgende Entwicklung. Denn auch in Palermo-Skulpturen hatte sich jene radikale phänomenologische Subjektivierung der Betrachter vollzogen, die rein formal gesprochen zunächst einmal aus dem bloßen Entzug der skulpturalen Körperlichkeit und der Verweigerung jeglicher räumlich vermittelten Basis resultierten. Jene vermeintliche Unmittelbarkeit, welche die Betrachter seit Barnett Newman hier Number One von 1951 und vielleicht noch mehr in Barnett Newman's The Wild von 1951 konfrontiert hatte, jene vermeintliche Unmittelbarkeit war auch eine der besonders bewegenden Eigenschaften, die Gensken von Palermo übernommen hatte. Jedoch verstand Gensken sehr bald, dass die europäische Antwort auf das amerikanische Aufklärungsmodell andere Funktionen zu übernehmen hätte, als lediglich deren phänomenologische Radikalität zu adaptieren. Gensken initiierte diese Vermittlung durch eine für die 60er Jahre typische Strategie der seriellen Permutation und der quantitativen räumlichen Ausdehnung, die jedoch in der Skulptur, mit der Ausnahme vielleicht im Werk von Solowit und Eva Hesse, kaum verstanden worden war. Dieses Prinzip einer seriellen Multiplikation oder einer algorithmischen räumlichen Ausdehnung, die sich nicht einfach quantitativ ins Monumentale vergrößerte, wie etwa bei Richard Serra, sondern die sich als mathematisch nachvollziehbare und verifizierbare präsentiert, war in der Tat ein Prinzip, das Gensken mit ganz wenigen anderen europäischen Künstlern bereits zu diesem Zeitpunkt teilte. Etwa, wenn wir an Mario Merz's Fibonacci-Prinzip denken oder an Hanneda Bovens raumzeitliche Permutationen, die Gensken sehr beschäftigt haben. Diese Verfahren, die Sie unten in der Ausstellung sehr deutlich und wunderbar betrachten können, diese Verfahren einer algorithmischen Expansion war es zu eigen, dass sie eben nicht länger von der Intention der Künstler abhängig waren, sondern sich gleichsam eigenmächtig ausdehnten, fortsetzten und multiplizierten, um sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Bedingungen der skulpturalen Arbeit aus der Abhängigkeit von der subjektiven Intentionalität des Autors oder des Produzenten zu befreien. Auf diese Weise bestand die skulpturale Arbeit sowohl auf der relativen Autonomie der Betrachter als auch auf der relativen Autonomie des skulpturalen Produktionsprozesses, als auch des Objektes selbst. Diese Autonomie folgte alsbald auch eine sich ständig verdeutlichende Einsicht in die konkrete Abhängigkeit der vermeintlich neutralen, die skulpturumfangenen Räumlichkeit von sozialpolitisch bestimmten, ideologischen und institutionellen Interessen. Aber in Genskens Oeuvre wurden diese Prinzipien einer extremen räumlichen Ausdehnung allerdings nie auf die Entwicklung einer institutionellen Kritik ausgedenkt. Vielmehr wurden diese unweigerlich metaphorisiert. Zum einen könnten wir aufgrund der Beobachtungen der Permutationen in Genskens Arbeit der späten 70er-Jahre erkennen, dass hier räumliche Ausdehnung und zeitlicher Prozess miteinander verbunden wurden. In dieser doppelten Permutation wird also die Erfahrung eines allmählichen Wandels, der Prozess einer perzeptuellen und zugleich konkret materiell und räumlichen Verwandtung selbst konkretisiert. Die Betrachter dieser Skulpturen, hier Zwillinge von 1983, die Betrachter dieser Skulpturen werden gleichsam Zeugen eines optisch, perzeptuell und phänomenologisch vermittelten Verfahrens des utopischen Wandels. Zeugen des real möglichen Verfahrens einer Veränderung der Welt. In dieser Hinsicht differiert Genskens Projekt denn auch deutlich von der vor ihr verehrten Arbeit von Hanneda Boven, deren raumzeitliche Permutationen doch eher aus der Perspektive einer melancholischen Kritik als aus einer utopischen Erwartung formuliert worden waren. Genskens intensivierte, utopische Erwartungshaltung war Anfang der 70er-Jahre ganz im Gegensatz wohl von ihrer Nähe zum kritischen Denken der Berliner Studentenbewegung und ihrer anarchistischen Ausläufer bestimmt. Noch wichtiger jedoch war für Genskens, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch ihre vermeintlichen weiblichen Vorfahren in der russischen und in der sowjetischen Avantgarde ausführlicher und tiefgreifender zu entdecken glaubte oder diese zumindest für sich beanspruchte. In dieser ahistorischen, projektiven Identifizierung war für Genskens vor allem natürlich die historische Lizenz wesentlich als weibliche Künstlerin in das vermeintlich primär, wenn nicht ausschließlich männliche Reich der Skulptur eintreten zu können. Die von ihr so verehrten Düsseldorfer Kollegen und Vorreiter, insbesondere Palermo und Pulke, waren nicht besonders geneigt, ihr diesen Zugang zur Skulptur zu erleichtern. Ganz im Gegenteil, typisch für die in Düsseldorf damals noch herrschende maskulinistische Defensive, die die Grenzen des Patriarchats in der Kunstproduktion verzweifelt zu wahren suchte, waren Pulkes Witze, der wie immer besonders ausdrücklich und erfinderisch war, Genskens Arbeit mit väterlichem Humor zu diskreditieren, indem er diese öffentlich als Stricknadeln oder als Erbsenschoten abtat. Das sind Originalzitate. Also auch in diesem Sinne dürften und sollten Genskens frühe Skulpturen als materialisierte Utopie gelesen werden, indem diese eben auch als subversive Ausdehnung und Agenten einer sexuellen Differenz gegen eine hierzuvor primär patriarchalisch definierte Morphologie der skulpturalen Struktur konzipiert und eingesetzt wurden. Und gerade in dem allzu naheliegenden Vergleich ihrer frühen Arbeiten mit der Genealogie der großen biomorphen skulpturalen Körper und Objekte von Konstantin Brancusi oder Jean Arp wird noch einmal besonders deutlich, dass selbst noch bei Arp und Brancusi eine maskulinistische Konzeption des Körpers agierte, deren vermeintlich universales anthropomorphes Abbild immer noch von einer latent patriarchalischen Projektion auf den weiblichen Körper getrieben wurde. Wenn Genskens extreme skulpturale Extremitäten der ersten Dekade überhaupt noch eine Variante der biomorphischen Skulptur artikulieren, dann doch nur im paradigmatischen Gegensatz zu dieser. Denn diese Skulpturen kritisieren die patriarchalische Ordnung nicht nur durch ihre eigene Hypertrophie des Biomorphen, vielmehr liquidiert Genskens technologisch vermittelte formale Extravaganz diese geschlechtlich definierten virilen Restformen durch ein historisch fast visionär zu nennendes technologisches Primat. Eben ihre unvergleichlich frühe, digital programmierte formale Konzeption und Produktion von Skulptur und architektonischem Volumen. Gensken initiierte Prozesse, die erst einige Jahre später von Frank Gehry oder von Richard Serra für ihre Projekte eingesetzt wurden. So überführt Gensken diese naturalistisch-vitalistisch deklarierte patriarchalische Hegemonie als Selbsttäuschung, indem sie diese einfach technologisch übersteigert. An deren Stelle setzt Gensken nun einen skulpturalen Freiraum und eine phänomenologische Körperlichkeit, die sich nicht nur von der gesellschaftlich konstruierten Geschlechterhierarchie befreit, sondern diese auch in einer radikal-utopischen Geste auf das historische Niveau einer technologisch vermittelten Intelligenz gestellt hat. Aber dann gibt es eben auch eine ganz andere Geschichte, wie uns diese beiden Ausstellungen hier sehr deutlich und drastisch lehren. Und das ist eine der Motivationen, die meinen Text bestimmt hat. Diese andere Geschichte im Oevo von Isar Gensken ist eine zweite Phase, in der die utopische Dimension radikal ins Atopische gewendet wird. Ich zeige hier den Spielautomaten von Isar Gensken, den ich in gewisser Weise als einen Anfang dieser Wendung verstehe von 1993. Diese atopische Phase, die schließlich nun zu der ausgedehnten Periode der sogenannten Schauspieler führt, die Sie oben sehen, provoziert uns hier im zweiten Teil meiner Betrachtungen wie auch im zweiten Teil der Ausstellung selbst. Es wäre ein einfaches, unseren Betrachtungen nun nur ein zusätzliches Kapitel der Rezeptionsgeschichte hinzuzufügen. Dies wäre umso plausibler, als es uns auch erlauben würde, dem zuvor zitierten amerikanischen Modell der postminimalen Skulptur der 60er-Jahre nun auch noch eine spezifische deutsche skulpturale Tradition entgegenzusetzen. Denn ganz offensichtlich, trotz extremer Verspätung der Rezeption dieser Skulpturgeschichte ganz allgemein, hat auch Gensken schließlich erkannt, dass das Modell einer phänomenologischen Konstitution eines mehr oder minder utopisch befreiten autonomen Subjekts sich weder über die 70er-Jahre hinaus aufrechterhalten ließ, noch dass die relative Homogeneität ihrer skulpturalen Produktion länger Glaubwürdigkeit in den 90er-Jahre beanspruchen könnte. Zumal das radikal-utopische Denken selbst sowohl autobiografisch in ihrer eigenen Geschichte als auch kollektiv-gesellschaftlich untragbar und unmachbar geworden war. Die traumatische Dimension der Skulptur, die Gensken bereits im Werk von Beuys als eine mögliche Determinante erkannt hatte, übernimmt nun alle Strukturen ihrer Produktion. Das ist eine der Skulpturen der Schauspielerserie von 2013. Diese verkehrt sich nun auch fundamental von einer technologischen Perfektion und einem hoch sublimierten perzeptuellen Modell des libidinösen Verlangens in das völlige Gegenteil. Eine späte, man könnte sagen, sehr verspätete Ready-Made-Ästhetik. Diese hatte bereits im historischen Bogen der Entwicklung von Dada Berlin zu Duchamp die Qualitäten einer Endstation oder eines Endspiels der modernistischen Skulptur erreicht. Dies war bereits mit der Drastik eines Manifestes in der berühmten Dada-Messe in Berlin 1920 zelebriert worden und hatte eine besondere historische Klimax in der von Duchamp selbst konzipierten und gestalteten berühmten Ausstellung der Exposition Internationale du Surrealisme in Paris im Jahre 338 erreicht, über die ich gleich noch sprechen werde. Im vollen Bewusstsein des Scheiterns der surrealistischen, utopischen Projekte und der dadaistischen Projekte hatten die Künstler nach 1920 und nach 1930 in Berlin und Paris hier in der Tat ein Modell konvertiert, in dem Hartfields Kriegsgrüppel und Baders Medienpuppen in den Registern der ewigen Wiederkehr desgleichen der Haute Couture angesiedelt wurden. Vergleichbar ist in jedem Falle die Tatsache, dass Skulptur, wie eben auch in Genskens Schauspielern hier jegliche Hoffnung auf eine utopische Wandlung preisgegeben hatte. Ich zeige Ihnen zwei Abbildungen von Johannes Baders Dada-Diorama-Drama in der Berliner Dada-Messe von 1920. Auf der linken Seite sehen Sie sogar Johannes Bader neben dem Manneker posiert. Vergleichbar ist in jedem Falle die Tatsache, dass Skulptur in diesen Fällen, wie eben auch in Genskens Schauspielern, jegliche Hoffnung auf utopische Wandlung preisgegeben hat. An deren Stelle tritt nun eine bittere, emphatische Zeichenturbulenz, der eine Subversion der totalitären Formen des erzwungenen Konsums und der totalen Verdinglichung nur noch im Abacadraba der willkürlichen Kombinationen aller Materialien und Morphologien als einzige Strategie der Befreiung vorschwebt. Vorformen dieser großen Werkgruppe der Schauspieler wurden von Gensken im Jahr 2007 im Deutschen Pavilion der Biennale Venedig erstmals mit ihren Astronauten in der Installation EUL vorgestellt. Seither hat uns Genskens Praxis mit einer verstörend hybriden Skulptur konfrontiert, die man als einen provokanten Versuch beschreiben könnte, das Episteme des Ready-Mates mit der Figuration zu verbinden. Offensichtlich, wie wir bereits angedeutet haben, gibt es eine Vielzahl von Vorläufern einer solchen paradoxalen Praxis, in der das Objekt des Ready-Mates selbst zur Figur wurde und in denen die anthropomorphische Figur selbst zum objektiven Ready-Mate verkam. Nicht zufällig wurden Giorgio de Chiricos erste Manikinos und Marcel Duchamp's erstes Unassisted Ready-Mate im gleichen Jahre, also 1917, konzipiert. Und wenn die tiefere Dialektik dieser beiden Episteme eine ausführliche Erklärung erwartet, bescheiden wir uns hier heute mit der bloßen Konfrontation, die schließlich zu solchen hybriden Figuren wie Genskens Schauspielern geführt hat. Offensichtlich ist, dass die Chiricos-Modelle eine verdinglichte anthropomorphische Figuration gegen den Verlust der Figuration im Kubismus einzusetzen versuchten. Eine weitaus wichtigere Rezeption in der deutschen Data-Geschichte wurde gefunden, als man von einem realen Verständnis der Konsequenzen in Bader Berlin sprechen könnte. Typisch für die geschichtliche Situation einer traumatisierten Historie wurde die Chiricos Manikino einst eine Studio- und Schaufensterpuppe in Berlin zum prosthetischen Nachkriegskrüppel verwandelt und schließlich zur Figur einer roboterhaften Post-Subjektivität. Typisch für diese brutale Anpassung an die Bedürfnisse der Weimarer Nachkriegskultur wurden George Gross und George Hartfields, der wild gewordene Spießer John Hartfield, den ich Ihnen hier zeige, von 1920, und Johannes Baders zentrale Gestalt in seinem epokalen Plasto-Dio-Dada-Drama die ersten Modelle dieses neuen Skulpturtypus, der das Ready-Made und die Figuration, die anthropomorphische Figur als eine unumgänglich notwendige, aber schier unerträgliche Einheit zu erzwingen versuchten. Diese erzwungene Einheit von Figur und Ready-Made verfolgt uns nun bis hin zu Genskens Schauspielern. Es stellt sich also die Frage, ob Genskens Gestalten eher dem traumatischen Typus zugerechnet werden sollen, eine andere Art von entstellter Subjektivität, entstellt nicht durch Mangel und Verlust, verkrüppelt durch Überfluss. Oder ob es sich vielleicht doch eher um eine groteske Variante, der von den weiblichen Agenten der Dada-Geschichte aufgeführten Dada-Puppen handelt. Anziehpuppen gleichsam, in denen die unausgesetzte, zwanghafte Innovation des Immergleichen der Mode aufgeführt wird. Die Genealogie des Ready-Mades in Genskens Skulpturen nachzuzeichnen, ist allerdings weitaus schwieriger. War doch das Ready-Made eine sehr avancierte theoretische Variante des Prinzips der Abstraktion, nicht der Figuration. Allerdings eine, die sich nicht wie die Abstraktion um 1917 auf phänomenologische Befreiung der subjektiven Wahrnehmung richtete, sondern vielmehr die kollektiven Bedingungen der Verdinglichung und der Entfremdung und deren Vermittlung durch das Universum industrieller Produktion nachzuzeichnen versuchte. Diese metonymische Analyse der Objekte umfasste sowohl die Bedingungen der Produzenten wie auch die Bedingungen der Rezipienten, denen aus der Perspektive des Produzenten wurde das Subjekt als ebenso entfremdet von der wirklichen Erfahrung der Produktion verstanden, wie das konsumierende Subjekt als von realer Objekterfahrung entfremdet verstanden wurde. Erst mit diesem Verlust der Dialektik von Subjekt und Objekt, das heißt in jenem historischen Moment, in dem das Denkmodell des Ready-Mades seine ursprüngliche subversive Kraft offensichtlich verloren hatte, wandelt sich auch nun das Ready-Made Duchamps selbst zur anthropomorphen Figur. Hier ist Marcel Duchamps Selbstporträt in der Ausstellung von 1938. Waren im ursprünglichen Ready-Made Duchamps das Subjekt und das Objekt noch klar unterschieden, zumindest hin bis zu dem Moment seiner Identifikation mit dem Konstrukt der Rose Salabie, so wurde dieser Dialektik zunehmend in jener geschichtlichen Phase aufgehoben, in der die Totalität der verdinglichsten Welt auch noch die geringsten Restformen und räumlichen Refugien einer konstituiven Autonomie des Subjektes ausgelöscht hatte. An deren Stelle trat nun das universelle Gesetz totaler Warenproduktion, in der sich das Subjekt nur noch im Prozess einer ständigen narzisstischen Differenzierung konstituieren kann. Diese total verdinglichte Subjektivität verlangt nun eben eine anthropomorphe Figuration. Dieser Prozess erreichte einen zweiten, nach der Dada-Messe in Berlin, einen zweiten historischen Höhepunkt, in der von André Breton, Paul Éluard und Marcel Duchamp konzipierten und ausgeführten Ausstellung Exposition Internationale des Surrealismes, die ich schon erwähnte, in Paris in 1938. Sowohl Duchamp's groteskes Selbstporträt, das ich gerade gezeigt habe, als auch die Manikinos der zahlreichen anderen beteiligten Künstler formulierten jene neue Synthese von abstraktem Readymade und anthropomorpher Figuration, die nun die neueren Bedingungen einer ständig avancierten Verdinglichung des Alltags in der Konzeption einer Skulptur als Akkumulation obsoleter Objekte konzipierte. Diese Zwänge und Prinzipien einer sich unausgesetzt erneuernden Produktion, deren Ziel es ist, das menschliche Verlangen zu kontrollieren, sind nun auch in der zweiten Hälfte des Oeuvres von Isa Gensken zum herrschenden Prinzip ihrer Skulptur geworden. Alle Formen und Materialien, welche die erste Phase ihrer Produktion als utopische Erwartung und praktische Umsetzung dieses transformativen Denkens artikuliert hatten, verschwinden nun aus Genskens Produktion. Und alle jene Materialien, die im zwanghaft ausgeführten Prozess das Subjekt wörtlich zum geschundenen Subjekt machen, werden nun von Gensken als alleingültige Materialien vorgeführt. Und was wir in der ersten Hälfte ihrer skulpturalen Produktion als eine utopische Phänomenologie des Verlangens und als einen Prozess der Verwandlung und der Veränderung erkannten, konfrontiert uns nun in der zweiten Hälfte ihres Oeuvres mit einer Phänomenologie des willkürlichen und witzlosen Besitzes, des erzwungenen Erwerbs und des immer neuen Verlustes, der ständig neuen Obsoleszenz des vergeblich Erworbenen. Diese Bedingungen würden auch die fundamentale Veränderung der Materialien in Genskens Spätwag erklären. Denn schließlich werden wir als Betrachter nicht nur einer nahezu gewaltigen Heteronomie der Figuration unterworfen, sondern in vielleicht noch intensiver Weise einer Gewalt und Vielfalt und Simultaneität völlig unvereinbare Materialien, Texturen und stoffliche Oberflächen. Und wiederum müssen wir daran erinnern, dass eine solche materielle Diversität in anderen Zusammenhängen, etwa in den ersten utopischen Reliefs von Tatlin, als ein progressiver Durchbruch gefeiert werden konnten, der die traditionellen Hierarchien und Differenzen zwischen den Materialien der Kunstproduktion und den Materialien der alltäglichen Industrieproduktion subversiv und emanzipatorisch aufgehoben hatte. In Genskens atopischer Skulptur hingegen vereinen sich die Akkumulation der willkürlichen Figuren mit einer nicht minder willkürlichen Akkumulation von Materialien, deren Prinzip eher den Horizont einer universalen allegorischen Entwertung aller Materialien als den einer kollektiven Befreiung von Klassenhierarchie und Differenz anpeilt. Und schon gar nicht auch noch die geringste Erinnerung an den Kult einer modernistischen Materialspezifizität erlaubt, der zum Beispiel noch eine der ethischen Grundformen des von Gensken bedauerten und betrauerten Bauhauses dargestellt hatte. Selbstgestalten wie Karl Andrej oder Richard Serra, die ganz sicherlich, wie wir erwähnt hatten, von großer Bedeutung für Genskens Entwicklung ihres Denkens über Skulptur waren, hatten sich noch ausschließlich mit einer solchen modernistischen Reinhard oder Homogenität der Materialien der industriellen Produktion identifiziert. Gensken hingegen in der zweiten Hälfte ihres Lebens und in der zweiten Hälfte ihres Oeuvres hat an die Stelle utopischer Versprechen und Erwartungen, die sich weder erfüllten noch halten ließen, Modelle des allegorischen Verlustes gesetzt und der melancholischen Aufhebung. Deren materielle Unvereinbarkeit allein durch Obsoleszenz und Verlust vereint, hat sicherlich einen großen Vorläufer in dem von Gensken schon früh verehrten Kurt Schwitters und seiner Materialästhetik gefunden. Nichts hätte dem Materialkult des Bauhauses und der modernistischen konstruktivistischen Skulptur mehr widersprochen schon damals als Schwitters Architektur des Abgelebten im Märzbau. Zuletzt dann noch ein Versuch, den Titel der großen Serie der Schauspieler zu verstehen oder zumindest kurz zu kommentieren. Wiederum vergleichbar dem Märzbau von Schwitters als eine Art Gegenarchitektur, welche die heroischen Versprechen der Bauhausmodernität allegorisch und öffentlich bezweifelte, setzt Gensken in der Akkumulation der Schauspieler eine Art Gegenöffentlichkeit in die Welt, eine in der die Erwartungen und Versprechen der bürgerlichen wie auch der proletarischen Öffentlichkeit, wie diese von Habermas und später von Neckl und Kluge theoretisiert worden war, in ihrem real gegenwärtigen Zustand aus atopischer, allegorischer Sicht konkretisiert werden. Schauspieler wäre dann eben auch das Epithet einer kollektiven Existenz, deren primäres Kriterium die mangelnde Authentizität zu sein hätte. Schauspieler wäre aber wohl auch jene Formation einer fundamental fremdbestimmten Subjektivität, die vom realen Agenz in einer politischen Wirklichkeit ausgeschlossen ist oder sich hat ausschließen lassen. Die Tatsache, dass die Gruppe der Schauspieler immer wieder auch Kinder einbezieht, gibt uns besonders zu denken. Gerade diese machen offenkundig, zumindest in Genskens Darstellung, dass das Geschundensein der Subjektivität ein Verhängnis ist, nicht das Resultat einer Entscheidung oder einer Auswahl, die auch anders hätte ausgehen können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und beantworte gerne Fragen, wenn Sie welche haben. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Buchloh, für diesen unglaublich interessanten Vortrag. Ich hoffe, dass wir, wir haben den ja gestreamt, aber ich wünschte mir, dass ich dieses Manuskript bekommen könnte und nochmal jedes Wort nachlesen könnte, weil da so viel Information und so viel hochinteressante neue Perspektiven, auch Herleitungen aus der Geschichte der Kunst, der Geschichte des Ready-Made und diesen vielen Bezügen zu Duchamp und den Surrealisten, also das ist einfach hochinteressant gewesen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt würden wir gerne das Gespräch öffnen für Fragen aus dem Publikum. Gibt es bei Ihnen Fragen an Herrn Buchloh? Erstmal sehr vielen Dank. Klasse Intro. Ich habe leider die Ausstellung nicht gesehen. Meine Frage an Sie nach vorne gedacht, weil ich glaube, das Statement, was Sie als Schlussbemerkung gebracht haben, ist einerseits sobering, andererseits aber auch inspiring. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie die Künstlerin Luisa Clement kennen mit ihren Avataren aus Bonn, die auch unter anderem diese, ich sage mal, Geschichte mit dem Bauhaus oder zumindest eine Verbindung da hat, aber dann mit diesem künftig, wo ist Humanität, wo ist artifizielle Künstlichkeit von Maschinen? Okay. Ob Sie da vielleicht noch mal was zu sagen könnten? Danke. Okay. Ich kenne die Künstlerin leider nicht, werde aber gerne nachsehen. Clemens, sagten Sie, ist der Name? Ja. Ja, es gibt einen ganz langen Text, den ich geschrieben habe vor einiger Zeit schon, der sich speziell mit Genskens Auseinandersetzung mit dem Bauhaus beschäftigt. Es gibt ja diese Publikation und die große Ausstellung mit dem wunderbaren Titel Fuck the Bauhaus und klassischer Isa-Gensken-Satz. Und mir ist damals klar geworden, als ich das versucht habe, was denn Ihre Beziehung zum Bauhaus eigentlich ausmacht, dass das natürlich in dieser polemischen Geste, dass es viel komplexer ist, dass sie tatsächlich auf der einen Seite das Scheitern der Bauhausideen melancholisch begleitet, mit Zweifel und mit Trauer, aber dass sie gleichzeitig auch das instrumentierende Potenzial der technologischen Ordnung, das im Bauhaus ja auch vorgegeben war, zutiefst verdächtigt hat. Und der Vergleich mit Schwitters, ich habe ihr das auch mal nahegelegt und im Gespräch hat sie das bestätigt, heißt nicht, dass es richtig oder falsch ist, scheint mir gerechtfertigt zu sein, weil natürlich Schwitters, trotz der Verehrung, die ihm von Mies van der Rohe zuteil wurde, selber ein Mann war, der in vieler Hinsicht die technokratische Ordnung und die technokratische Hoffnung, die das Bauhaus formulierte, in Zweifel gestellt hat. Und diese Opposition im Herzen der deutschen Modernität von 1919 bis 1933 ist nicht ausführlich, vielleicht kenne ich die Literatur nicht, das wäre sehr schade, ist aber durchaus möglich. Diese ungeheure Dialektik dieser Position ist in dem, was ich gelesen habe, nie herausgearbeitet worden. Also natürlich war Schwitters sehr befreundet mit Bauhaus, dann natürlich war er am Bauhaus als Besucher, natürlich wurde er so sehr geschätzt, aber dass seine eigene Arbeit im Grunde das Bauhausprojekt total unterminiert hat, also was könnte mehr subversiv gegen den Bauhausgedanken gerichtet sein als der Märzbau. Also diese Opposition findet sich meiner Meinung nach im Werk von Gensken auch wieder. Also wenn sie sagt, fuck the Bauhaus, dann ist das sowohl eine kritische Erkenntnis, als dass dieses technokratische Projekt zum Scheitern verurteilt war, als es auch anerkennt, dass es ein historisches Scheitern war, das eine utopische Verwandlung hätte erzeugen können. Also das ist bei Gensken wirklich als Spannung in der Arbeit gegeben und auch als Spannung dieser merkwürdigen, witzigen Formulierung. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber in diese Richtung würde man weiterdenken wollen, glaube ich. Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, eine recht allgemeine Frage und zwar zur Entwicklung der Kunstkritik in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. In den letzten sechs Jahrzehnten? In den letzten Jahrzehnten. Okay. Und zwar ob Sie auch den Eindruck haben, dass es so einen Mangel an kritischer Haltung gibt in Kunstmagazinen, sodass fast der Eindruck entsteht, dass es eher Bewerbungen von Ausstellungen sind, als noch echte Kritik und ob Sie das mit Sorge beobachten oder mit Gelassenheit und ob Sie Gründe dafür sehen, warum sich das in diese Richtung entwickelt hat. Das ist eine schwierige Frage für mich. Wie gesagt, ich bin 1976 aus Düsseldorf weggegangen und habe seitdem in Amerika gelebt. Und trotz meines bestehenden und kontinuierlichen Interesses an allem, was in Europa und in Deutschland geschieht, soweit ich das verfolgen konnte und kann, habe ich, glaube ich, keine Kompetenz über das zu urteilen, was in den letzten Jahren in Deutschland sich entwickelt hat oder nicht entwickelt hat. Also ich habe, ich meine, dass ich über Gänzken schreibe oder viel geschrieben habe, ist ja auch ein Beweis dafür, dass ich irgendwo in der Geschichte stecken geblieben bin. Das ist Kunst der 70er und 80er und 90er und 20er Jahre, 10er Jahre, wie man es nennt, aber keine Gegenwartskunst in dem Sinne. Das ist auch wichtig, dass also Künstlerinnen der letzten zehn Jahre, die in Deutschland gearbeitet haben oder arbeiten, sind mir zum großen Teil, ich gestehe das mit Schande, nicht bekannt genug, um darüber reden zu können. Natürlich kenne ich Hidro Steyrl, natürlich habe ich ihre Arbeiten gesehen, aber würde ich mich geeignet sehen, darüber zu schreiben? Im Moment nein, weil ich eben einfach nicht genug gelesen und gesehen habe. Also ich bin da durchaus historisch limitiert auf Künstler meiner Generation oder meiner Geschichte. Und das Gleiche gilt übrigens auch mit ganz wenigen Ausnahmen für meine Beziehung zu amerikanischen Künstlern. Auch da würde ich gerne zugeben, dass ich mich also nicht in irgendeiner Weise als Gegenwartskritiker vorstellen möchte. Wenn ich das war, dann war ich das vor 20 Jahren, aber nicht jetzt. Also von daher kann ich auch nicht urteilen über das, was in Deutschland geschieht geschieht oder nicht geschieht. Ich habe vielleicht eine etwas provokante Frage, aber mir ist aufgefallen, wenn ich die Schauspieler mir angucke, auf dem Monitor, jetzt hier und auch oben, und mir dann vorstelle, dass diese Figuren, diese Objekte, die ja in einem Schaufenster stehen würden, von einem der vielen Kaufhäuser, die wir hier so haben, würde das dann überhaupt den Leuten auffallen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Gensken für ihre Arbeiten in gewisser Weise das Museum braucht. Also als Schonraum oder als Schutzraum für eine völlig verwahrloste innerstädtische Situation, wo man das im Prinzip nicht mehr, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute davor stehen würden und sich denken, oh interessant mal was anderes, aber im Grunde das nicht mehr differenzieren. Dazu kann ich nur sagen, dass ich einige der Arbeiten oder vielleicht, ja doch einige der Arbeiten, die oben ausgestellt sind, noch nie gesehen hatte. Und Ihre Frage ist großartig. Und ich bin ganz anderer Meinung. Also als ich die Homeless People oder die Obdachlosenfiguren auf dem Boden gesehen habe heute, muss ich sagen, ich war sehr, sehr unangenehm berührt, im besten Sinne dessen, was das sein kann. Und wenn Sie mir sagen, stellen Sie das bei Hertie oder bei Kaufhof in die Schaufenster mal. Das ist eine brillante Idee, würde ich unbedingt vorschlagen. Ich glaube nicht, dass Sie recht haben, dass die Leute sagen würden, na, mal was anderes. Ich glaube, dass die Härte, die diese Arbeit tatsächlich auch in einem kommunalen Raum wie dem Kaufhaus, seine Wirkung nicht verfehlen würde. Zumal diese Arbeit und einige ähnlich, auch die beiden Polizisten zum Beispiel, haben mich sehr, so im besten Sinne überrascht und geschockiert und beunruhigt. Und ich glaube nicht, dass das einfach so als alternative Schaufensterdekoration über die Bühne gehen würde. Sie weisen natürlich auch ein wichtiges Detail hin, was ich nicht erwähnt habe, was man aber unbedingt erwähnen sollte, dass natürlich, wie auch schon in der Exposition Surrealist, der Kult der Schaufenster selber ein Medium ist, in dem sich diese Künstler dann neu ansiedeln, sozusagen. Das ist also durchaus ein Zitat. Duchamp hat schon 1918, wenn ich mich richtig erinnere, einen sehr wichtigen Aufsatz über Schaufenster geschrieben. Also das zu wissen, dass das ein sozialer Raum ist, in dem Objektbeziehungen vermittelt werden und Verdinglichungsprozesse subjektiv attraktiv gemacht werden, das wusste Duchamp schon 1918. Also für ihn war das Schaufenster durchaus ein Raum der kritischen Reflexion. Und das Glas der Vitrinen war für ihn ein Thema, mit dem er sich auch beschäftigt hat. Also ganz im Gegensatz zum Glaskult der Deutschen, also von Scherbach bis Walter Benjamin, wo das Glas ja noch gefeiert wird als eine große, utopische Öffnung vom Bourgeoisenleben oder Befreiung vom Bourgeoisen privaten Leben. Bei Duchamp in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts sagt Duchamp schon, Glas ist das quintessentielle Material der Fetischisierung. Also das ist durchaus eine Spanne, über die man nachdenken sollte. Und das ist vollkommen wichtig, was Sie sagen, dass man, wenn man das beschreibt, was ich hier versucht habe zu skizzieren, dass Genskens Figuren eben auch an diesem räumlichen Medium der Schaufenster, das uns alle immer schon seit Ewigkeiten beeindruckt und beeinflusst und beschäftigt, durchaus zitierend auch weiterarbeitet. Und man es also von daher auch rückwirkend einbauen könnte. Also ich bin da sicher, dass wir da anderer Meinung sind. Also ich glaube, wenn ich die Obdachlosen im Hertie sehen würde, als normaler einkaufender Bürger, würde ich nicht sagen, interessante Variation des Üblichen. Ich würde wahrscheinlich da noch mehr schockiert sein, als ich oben schockiert war. Und ich war sehr schockiert. Also im Sinne von, mein Gott, kann man das machen? Und wie, wann hat sie das gemacht? Und das ist noch härter als alles, was ich von bisher in dieser Gruppe der Arbeiten gesehen hatte. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar in Bezug auf die frühen Skulpturen. Hatten Sie Unterschieden zwischen den Utopien der amerikanischen Bildhauer, wie Karl-André Soluit oder auch Bruce Normen, also deren utopische Vorstellungen oder Hoffnungen, die die hatten. Und vergleichbaren, ähnlichen Bestrebungen der deutschen Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit, die aber nicht ihre Utopien auf der Basis dieser Hoffnung aufbauen konnten, sondern eben auf der Basis dieser, der destruktiven Erfahrungen natürlich, also des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust und so weiter. Und mich, was ich nicht verstanden habe, obwohl ich Sie fragen wollte, ob Sie das nochmal ausführen könnten, bei Isagensken, worin sehen Sie, also bei diesen frühen, bei den Ipsuiden und Hyperbolos, worin würden Sie das da sehen? Also welcher Aspekt dieser Skulpturen würde dieses Moment sichtbar machen? Da sehe ich es nicht. Das habe ich vielleicht nicht geklärt. Ich habe ja nur einmal ganz kurz mein Gehirn gezeigt. Das hätte natürlich einen Kommentar verlangt. Es gibt auch andere Skulpturen aus der gleichen Zeit oder später. Die berühmteste vielleicht heißt Kürtchen, die leider verloren gegangen ist, soweit ich weiß. Das war eine ausdrückliche Hommage an Kurt Schwitters. Aber dann gibt es eben auch die Pavillonsentwürfe und eben auch die Betonarbeiten, die ich überhaupt nicht angesprochen habe, die Sie auch nicht in der Ausstellung haben. Und auf die trifft das natürlich allemal zu. Die Betonarbeiten sind ausdrücklich oder explizite Ruinenstücke. Aber auch die Pavillonarbeiten, von denen Sie eine unten ausgestellt haben, das sind natürlich sowohl Marx-bedingte Bauten, die die absolute Absurdität einer modernistischen Struktur behaupten, als es auch Ruinen sind, wo man denkt, das Subjekt sucht sich Schutz ohne jegliche Hoffnung auf realen Schutz, der gefunden werden könnte. Also die Auseinandersetzung von Gensky mit Beuys ist, glaube ich, ungemein kompliziert. Sie hat ihn über alles geliebt. Er hat sie respektiert, was für sie sehr wichtig war. Sie hat sich versucht, mit der Beuys-Arbeit zu identifizieren, auseinanderzusetzen, aber sie wusste genau, dass sie das nicht kann und dass es auch nicht ihre Möglichkeit war, aus vielen Gründen. Aber Ihre Frage ist vollkommen gerechtfertigt. Ich glaube, das gesamte Werk von 1976 bis in die späten 80er Jahre, mit der Ausnahme der Betonarbeiten oder Zementarbeiten und der Pavillonarbeiten, versucht, sich aus dieser Geschichte herauszuhalten. Das ist ja auch bei Palermo eine wichtige Frage, obwohl man bei Palermo das auch immer als Subtext irgendwie spürt. Palermo hat auch das Beuys-Erbe nicht fortgesetzt. Und gleichzeitig ist Palermos Abstraktion immer, würde ich sagen, eine allegorische, tragische Abstraktion. Keine, die jemals die Möglichkeiten einer neuen universalen Kommunikation der Abstraktion feiern würde. Und das ist also bei Palermo ähnlich, sehr schwierig und sehr subtil und kann man nicht so ohne Breites abwickeln. Aber da gibt es, glaube ich, eine ähnliche Zurückhaltung, Abstraktion noch einmal wieder zu beleben, aber gleichzeitig zu sagen, das große Projekt der Abstraktion ist historisch nicht mehr zugänglich und ist gescheitert. Und diese melancholische Verneinung, die ist eben auch in Gänzensberg zugegen. Aber wichtig bei ihr, und das habe ich ja versucht, zumindest kurz zu skizzieren, es gibt halt diesen ungeheuren Drang und Schub, diese Position der Frau als Bildhauerin zu artikulieren, gegen alle Widerstände. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, das klingt jetzt wie ein Witz, auch die Zitate von Pulke, die sind authentisch, mit welchem ausdrücklichen Widerstand sie in Düstel kämpfen hatte. Niemand hat sie ernst genommen in den ersten fünf Jahren. Das war alles komisches Zeugs. Und dann von ihr letztlich, also von Beuys, wenn die Begegnung mit Beuys stattfindet, dann ändert sich das. Aber die ersten drei, vielleicht waren es nicht fünf, die ersten drei, vier Jahre, als sie an der Akademie in Düsseldorf gearbeitet und gelernt hat und mit Richter studiert hat, waren ungemein schwierige Zeiten für sie. Und dieser Versuch, eine Skulptur zu artikulieren, die sich darüber hinwegsetzen konnte und das auch im Sinne dessen, was sie von den Amerikanern gelernt und verstanden hatte, das war sehr wichtig, dass sie das hier verankern wollte. Die hat ganz genau verstanden, wie wichtig diese radikalen Positionen für jede Figur in der Skulptur sein mussten. Das war keine nationale Tradition, die man einfach verneinen konnte. Es war aber auch keine nationale Tradition, die man einfach verinnerlichen konnte. Das ist das Dilemma. Sie hat André und Solowit und komischerweise Eber Hesse sehr spät erst verstanden. Aber André, Solowit und Naumann waren ungemein wichtig für sie. Aber sie hat immer auch gewusst, dass sich das nicht einfach so übertragen lässt und übersetzen lässt. Das ist wirklich eine andere, eigene Artikulation verlangt. Und die hat sie versucht zu formulieren. Aber Ihre Frage ist völlig richtig. Ich glaube nicht, dass diese Beuys Legat oder das Beuys Erbe, wie man das nennen will, sich in ihrer Skulptur wirklich völlig wiedergefunden hat. Aber es gibt Hinweise darauf. Genauso wie es Hinweise in Palermos Arbeit gibt, die eindeutig auf eine Beziehung auf Beuys verweisen. Also die Hamburger Installation von Palermo zum Beispiel, die große Wandmalerei mit der braunen Industriefarbe, wo er den gesamten Hamburger Kunstverein ausgemalt hat. Oder die Münchner Installation der Grafiken bei Heiner Friedrich, wo dann auch zufällig eine von den, ein Hakenkreuz ergibt. Das sind eindeutige Hinweise, dass das weitergearbeitet hat, aber immer mit dem Versuch verbunden war, das sowohl zu erinnern als auch zu transformieren. Und sich nicht einfach als Amerikaner hinzugeben, auszugeben. Ja, bitte. Ja, ich hätte noch eine Frage, vielleicht zum Zeitgeschehen Verständnis. Ich bin ja aus einer jüngeren Generation und ich habe in den Ausstellungskatalog gelesen, dass die kleine Metapher, also es wurde so beschrieben, dass Isa Genske sehr interessant, diese Reproduktion von dieser Werbeanzeigen, die man auch unten sieht, von diesen Transistorenradios, den HiFi-Anlagen, die anscheinend in der Zeit so Ende 79 so zu uns geschwappt sind aus Japan, als Anreiz genommen hatte für die Ellipsoide. Also, dass sie wirklich da ein bisschen konfrontiert war und gesagt hat, wenn sowas ins Wohnzimmer gelangen kann bei uns zu Hause, auch wieder diese Brücke, was Sie gerade gesagt haben, so von Alltag, Kunst, dass ich irgendwie, dass Sie vielleicht da was dagegen setzen wollte in der Kunstwelt und dann gesagt, okay, wenn ich sowas ins Wohnzimmer bekomme, wie, was bekäme ich dann ins Museum oder in die Galerie gefühlt, was genau so ein, ja, was irgendwie vergleichbar wäre mit so einer Anmutung von sowas Technoiden vielleicht auch. Können Sie da irgendwas noch sagen aus der Zeit? Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe oder beantworten kann, aber ich will es versuchen. Also, ich weiß, es gibt ja dieses wunderbare Interview, das sie mit Wolfgang Tillmanns geführt hat, wo sie ausdrücklich über die Stereo-Arbeiten spricht und etwas naiv in meiner Meinung davon redet, dass alle Skulpturen, die sich mit der Ready-Made-Tradition befassen, mindestens so gut sein müssen wie die avanciertesten industriellen Produkte. Und dann verweist sie halt auf die Stereo-Anlagen. und das ist eine problematische Position für mich, also sowohl problematisch, weil sie naiv ist, Denn wenn Duchamp 1917 gesagt hat, Amerika hat nichts an Kultur zu bieten, außer seinen Brücken und seinen, wie sagen wir, hygienischen Installationssystemen, also Waschzimmer und Toiletten, dann war das eine radikale Stellungnahme. Aber wenn man das 50 Jahre später nochmal wiederholt und sagt, das Stereo-Gerät ist der Maßstab des neuen Ready-Mades, dann ist das so blöd wie Jeff Koons, der die Staubsauger ausstellt. Das ist also nicht gerade eine großartige Subversion. Aber man versteht es. Es beweist eben auch, dass selbst das Ready-Made als Episteme seine historische Rolle gespielt hat und irgendwann mal ausgedient hat. Das ist halt auch das Problem dabei. Und ich kann Ihnen das so als anekdotisches Bomberon dazu geben, dass ich die Gensken damals, als ich sie kannte und die mit diesen Stereo-Arbeiten anfing, ihr gesagt habe, du bist doch völlig bescheuert, das ist doch totaler Unsinn. Jetzt hast du gerade eine vernünftige Skulptur entwickelt und jetzt machst du dich selber kaputt mit diesem Zeugs. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich war sehr enttäuscht und sehr negativ angetan von diesem, wie sich nun heraus gilt, eigentlich ungemein wichtigen und radikalen Schritt, den sie da getan hat. Obwohl es ja auch eine Ausnahmeproduktion ist, ist ja kein neuer Zweig des Övers geworden ist. Und ich weiß nicht, war das eine Antwort? Ja. Ja. Eine letzte Frage. Es ist ja sehr beneidenswert, dass Sie damals so ein Teil von der Szene damals hier sein konnten mit Richter, Palermo, Volker, Isar Gensken, worüber wir Sie sehr beneiden. Ich wollte Sie fragen, Sie müssen aber nicht antworten, wenn das private Gründe hatte, warum sind Sie damals vor 40 Jahren von Düsseldorf oder von Deutschland in die USA gegangen? Weil ich habe auch noch so eine Arbeit, eine sehr schöne von Gilbert und George, die an Sie und Frau Gensken gerichtet war, in der Volksgartenstraße 36 in Köln. Einfach so, dass man nochmal weiß, warum haben Sie damals diese Szene hier so verlassen und sind nach New York gegangen? Okay. Sie sind aber gut informiert. Ja. Ich sage mal, ich gebe eine Antwort mit drei Sätzen statt mit drei Stunden. Zum einen, unglaublich wie das klingen mag, gab es mit der Ausnahme von Herrn Professor Kerber in Bochum in Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl, der sich mit Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, geschweige denn mit Kunstgeschichte der Nachkriegszeit beschäftigt hätte. Das klingt unglaublich, aber es ist wahr. Und ich war ein Studienabbrecher, der Kunstgeschichte und Germanistik in Berlin studiert hatte, aber der 20. Jahrhundert- und Nachkriegskunstgeschichte studieren wollte. Und ich immer mir und anderen Kollegen gesagt hatte, was die Amerikaner machen, das interessiert mich, was in Amerika gelehrt und geschrieben wird, daran möchte ich beteiligt sein. Das war einer der Hauptgründe. Also für mich war Rosalind Krauss' Buch Passages in Modern Sculpture ein neues Testament, sozusagen. Das war ein Buch, so prätentiös das klingen mag, das hat mich ganz wesentlich beeindruckt, in der Entscheidung nach Amerika zu gehen. Das ist ein Grund. Der andere Grund war, dass ich einen Lehrauftrag an der Akademie hatte, den ich mit großer Liebe und Freude mit hervorragenden Studenten aufbereitet habe, dass ich diesen Lehrauftrag nicht erneuern konnte, weil ich kein Doktorat hatte. Und der damalige Direktor des Kunsthistorischen Instituts an der Akademie weigerte sich, meinen Lehrauftrag zu verlängern. Das war also ein anderer wesentlicher Grund, warum ich dann nach Nova Scotia gegangen bin, wo ich einen Lehrauftrag bekommen hatte, 1976, sodass also das Private und das Professionelle zusammenkamen. Und wo wir gerade hier so schön zusammensitzen und das alles immer sehr viel spannender ist. Der dritte Grund war, dass die große Liebesgeschichte mit Isa Gensken zu Ende ging und die Trennung über Kontinente leichter zu erstellen war, als in der gleichen Stadt weiterzuleben. Das ist also dann die dritte Antwort. Das müsste eigentlich reichen. Okay, danke für Ihre Fragen und Ihr Zuhören. Es war mir eine große Ehre und eine große Freude, hier sprechen zu dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Bublo. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.